Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, es geht endlich weiter. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Mit dem neuen Update haben wir auch eine neue Mission. Dawn im Wolkenmeer heißt das Ding. Wir sind auch schon vor Ort und laufen jetzt mal dahin. Wir schauen uns aber erst mal an, was wir alles freigeschaltet haben. Oh, Unsterblichkeit endet. Wow, was ist das? Eignungsdemonstration. Okay, wir können Blade testen. Wir haben Arlan, Natascha und Sushang. Schwester von Sushi. Wir haben eine neue Begleiter-Mission. Nur eine? Okay. Und wieder Geschenke, Leute. Zehn Puls for free. Und was haben wir hier? Eine Aktion. Zurückziehen mit gefalteten Flügen. Schießt ihr? Okay. Erstmal die Trailblaze-Simulation. Was? Trailblaze? Äh, das ist die Mission, nicht Simulation. Universum-Simulation gibt es auch noch. Welt 7 geöffnet. Ey, geil. Das machen wir auch irgendwann. Gut, wir starten aber erstmal mit unserer Hauptmission und schauen uns dann Schritt für Schritt die anderen Sachen an. Ich freue mich auf jeden Fall. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich glaube, ich habe meine Scylla richtig brutal gebaut. Natürlich geht noch ein bisschen mehr, aber ich finde die ist aktuell richtig brutal. Ihr werdet gleich sehen, was nur Schaden gemacht. Ich lasse sie schon halber aus. So. Alchemie-Kommission. Oh, endlich geht's weiter, Leute. Sie haben echt lange gebraucht mit einem Scheiß-Update. Wow. Sie hat wohl vorher gesehen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist. Sie haben schon die Storyfekte. China ist der Grund. Die wichtigste Aufgabe für den Sien-Zhou-Lafu ist, dass der General Jingyuan den Master-Diviner mit dem Schaden mit dem Schaden zu schaden. Danke, Herr General hat uns nicht mit den Gästen zu gehen. Die Kriegung ist total... Ich bin Angst, dass das nicht seit Jahren vor. Ein Emanator von Abundanz besiegt den Laufu mit der Ame oder Long-Life-Spießie. Suche Events sind eher wie die Erinnerung. Hey, ist das... Es ist schwer zu erzählen, ob der Master-Diviner will. Ja, ob er einen klaren Sieg errungen. Ich denke so, auch. Ich kann nicht viele Cloud-Nights sehen. Nicht necessariamente. Es wird meistens eine Basis mit Unterstützung... Also, Leute, ich muss sagen, dass Leveln und Maxen von Einheiten dauert hier so lange. Beantächtig, Junge, 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 Junge. Also, oh mein Gott. Und vor allem Artefakte zu erhalten. Ey. Bist du der Bieter? Das dauert so lange. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Oh, hier gibt es Truhen. 15 Truhen. Okay, dann machen wir mal ein Video-Truhen-Video. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erst mal ein Story-Video. Hier. Hier. Du bist nicht der Knie. Wir sind die Anführungen, die Generalin. Wir sind... Heh. Die Schwer-Lieb-Spezies- ist die Anführung. Ruh! Silenz! Wenn meine... Und dann ist es nicht nur ich, sie werden... Boah, jetzt wird die Kämpfe. Ich zeige euch jetzt meine Scylla. Die hast du daus. Schaut euch das an. BAM! 80.000 Schaden. Und Klara, Leute. Klara ist ne Wucht. Klara ist auch total. Und BAM! Oh, was sind Feinheiten dieser Neu? Ich kenne dich nicht. Was? Okay, nach dem Tod ist die Aktion von anderen Einheiten vorgezogen. Crazy. What? Was? Okay, wir müssen uns auf die konzentrieren. Die anderen sind nicht so wichtig, glaube ich. Ich glaube, wenn die Haupteinheit stirbt, stirbt auch die andere Einheit. Und doch nicht. Okay, das ist weg. Der spielt. Der ist richtig wild, ey. Der ist richtig wild, ey. Haben wir es gleich. Barmen, deine Fresse. Also, Scylla ist auch die einzige Einheit, die ich jetzt full gelevelt, auch mit den Talenten, alles andere, ist noch in Arbeit. Das ist echt brutal, wie gesagt. Das dauert einfach viel zu lange. So, ist gut. Oh, ich hab's falsch gemacht. Ich hätte erstmal den attackieren sollen. Weil, wenn er wieder eine Einheit tut, ist er dann nicht mehr mit vollem Leben. Gut, genau so. Dichter Plan. Dichter Plan, Leute. Okay, wir gehen mit mir. Okay, wir gehen mit mir. Dann gehen wir mit mir. Zack. Und gleich weg. Werden der Wolkenlitter. Wie gesagt, Tun schauen wir uns noch nicht an. Wir laufen einfach mal weiter. Nein, das sind ja nicht die geile Gegner. Hält mir. Nein, lass mich nur. Wer mich gefragt hat. Ich will weg. Da hast du passen. Okay. Es ist du. Du bist der General? Du bist nicht der General? Der Master der Viener... Ja. Der Master der Viener... Der Master der Viener... ... uns zu bleiben. Es ist gut, dass du hier bist. Der Master der Viener... Please wait in the camp. Deswegen wollte ich den nicht. Das ist der einzige Grund. Weil er ein Streber ist. Ich will keinen Streber bei mir in der Truppe haben. Ich habe nur cool Leute in der Truppe. Ich habe letztens auch, ähm... Oh, ich habe es jetzt mal durchgekippt. Egal. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich habe letztens auch den gezogen. Ach, wie heißt denn da? Lucha? Lucha? Lucha. Lucha, genau. Lucha habe ich gezogen. Und... Ja, aber ich muss erstmal den hier leveln. Yangqing. Dann kommt Lucha dran. Und auch Silberwolf. Die beiden muss ich auch noch leveln. Das wird zu lange dauern. Das wird zu lange dauern. Aber eine Sekunde. Wir haben auch... Die namenlose Ära. Die wir aktivieren können. Ich habe schon die Wochenmission durch. Schon direkt Stufe 3 erreicht. Ich überlege mir sogar, diesmal den Battle Pass zu kaufen. Weil... Ich will mit meinen Einheiten vorankommen, leider. Ich will mit meinen Einheiten vorankommen. Und ich will diese Ressourcen haben. Blade werde ich wahrscheinlich nicht pullen. Weil ich im nächsten Banner unbedingt... Ich weiß nicht, war das schon offiziell? Auf jeden Fall möchte ich auf den nächsten Banner warten. Das hat einen Grund. Oh, man kann Einheiten testen. Und bekommt dann 20 Jahre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140 Jahre geschenkt. Nice. Ist ja wieder ein Pull geschenkt. Naja. Läuft. Lass uns wirklich warten lassen. Wie geht das? Ich war nur kürzlich. Das Konflikt ist schwierig, Master Diviner. Aber das Konflikt ist schwierig, Master Diviner. Und jetzt der Part, wo wir uns in ein Gefecht stützen sollen. Das Konflikt ist wichtig, Master Diviner. Ich weiß nicht, was wir spürt? Warten wir zuvor haben. Was wir jetzt auf den Banner? Schnellen? Leiden die Cloud Night Charge? Wir versuchen das auf für Sise. Nein! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich weiß nicht, dass du auf den Kampf gehst. Wer sagte, dass du auf den Kampf gehst? Jingyuen. Bitte, komm mit mir. Nach dem Ambrosial Arbort, der Alchemy-Kommission war der La Fu der wichtigsten Kommission. Es war sie, die den Sien-Zhou-Nativen verändert. Aber im Endeffekt, der Alchemist blieb discontentiert und begann zu beschäftigen über die Manipulation der Leben. Wauw! Schöne, wie es aussieht. Schöne, wie es aussieht. Schöne, wie es aussieht. Nein. Schöne, wie es aussieht. Schöne, wie es aussieht? Schöne, wie es aussieht. Schöne, wie es aussieht. mit Medizinal Pellets, die Mara elicit. Unless the Cloud Knights were able to march with their breath held, they would be doomed to fall into disarray. Moreover, no one could know whether their comrade was about to be stricken with Mara. Is there anything better than fear for destroying the morale of an army? The Cloud Knights' first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention while we douse the Elixir from the Crucibles and stop the smoke. The disciples of Sanctus Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. Interesting. Tell me a bit more. Indeed. This demonic victory the Ambrosial Arbor is taboo for the La Fu. La Fu. Is this what General Jingyu? I wouldn't hazard a guess. La Fu. All I can say is that the predictions of the Stellar on Hunters were more accurate than mine. I do not wish to be their puppet either. In any case. We do not walk alone and unhindered on our paths. Our choices define us and influence others. the duty of the Master Diviner is to bring luck and avoid misfortune. I don't want my choice to plunge the lot to return to the matter at hand. Only you can douse the Elixir crucibles without being harmed by them. What say you? I didn't hear a please but seeing as we do kind of have superpowers around here. I will come at once when the smoke dissipates. What is happening now? That was really I feel like even though long life species get to live forever. They are not so different from short life species when it comes to worries and suffering. What are you doing? What are you doing? You are too close to the crucible. Thank you for the concern. Don't message me to disappear among the sea of calculation. Der Her мой Hello Flips 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 Datenserve Flips Flips Susp가� concent jan Es sei auch schon tot. Echt doch schon tot? Was ist los mit dir? Ich weiß gar nicht, was ich besiegen soll. Euch. Irgendwas da oben. Achso, wie sollen die hier töten vielleicht? Komm, die sind jetzt schön verbunden. Gehen wir die mal. Jetzt sind wir auch schön sperrig. Zack. Snap weg. Ah, ich bin der Miserie. Ich bin der Miserie. Zack. Oh, ich bin der Miserie. Ich bin der Miserie. Ich bin der Miserie. Ich bin der Miserie. Ah. Was ist das? Es ist Zeit. Also die Einheit, was ich am meisten, weil die da zurückkommt. Das nervt einfach. Was? Wie viel Leben hat denn der? Flaschenangriff. Weg mit dir. Weg mit dir. Zack, weg. Oh, nochmal. Zack. Komm, beendet. Dann besiegen wir den Pupsi da hinten auch mal. Ein Zimmer heilen. 61.000 Schaben. Wie wild ist das bitte? Das ist einfach nur total. Also es gibt noch mehr. Und ich habe die Scylla auf C0. Wie viel Abwind die auf C6 ist? Was ist denn los? Okay, können wir jetzt hoch? Was ist das? Untersuchen. Ah. Ich hätte zuhören sollen. Das kann ich natürlich nicht. Ach so, okay. Ich soll sie ausschalten. Jetzt habe ich zu verstanden den. Zack. Wir müssen uns rüber. Okay, da hinten ist noch einer. Den nimmt er auch runter. Zack. Na, wenn ich das Ding. Geht's. Meisterprinzeps, der Jünger des Sanctus Medicus. Ich stelle euch mal vor. So ein echter Name. Der Jünger des Sanctus ist bereits auf uns. Don Shul. Oh nein, die sind tot. Ich bliebe dich nicht für deine Ignoranz. Für unsere C'n'joe Ancestors fought side by side with the Arbiter. Celestials? Es gibt keine Celestials. Ich habe nichts zu sagen zu dir, Master Diviner. Master Diviner. Ich will dir zeigen, wie die Celestials war. Wem besiegen wir zuerst? Sicher. Wir aktivieren Klaras Spezialfähigkeit. Die macht jetzt alle fertig. Guckt jetzt. Guck mal. Bam. Doch nicht. Wir haben auch nicht angegriffen. Jetzt aber. Bam. Das, wo das eine passive Fähigkeit ist, ist es total. Hops. 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 Was? Mechus? Hat sie Mechus gesagt? Mercy for Mechus? Wer nur Cheatburger haben möchte, sagt Bescheid. Wollen wir uns sorgen. Boah. Was ist da an? Oder was auch immer das war. Gut, auf. Zack. Alter. Dadurch kann ich dich heilen. Oh mein Gott. Richtig, richtig blöd. So, ich muss das machen. So, ach, die sind mit Spezialfähigkeit. Und hier auch. Bam. So, nochmal. Bam. So, hier machen wir einmal die Verteidigung drauf. Was ist denn? Boss? Fällt sie dann später irgendwann besüßen? Komm zur richtigen Zeit. Komm schon. Ich kann mal so viel Leben haben. Ich mach auf. Ich bin Schaden. Steig weg, Clarit. Komm, Schaden. Steig doch endlich. Be ichi. Ich muss mich nicht riskieren. Gój, ich sage mich. Tschau. Machus. Wie? Die Abbrösel Arbor Die Abbrösel Arbor Die Abbrösel Arbor Die Abbrösel Arbor Die Abbrösel Die Stellerons Vantelia Vantelia Die Disciples Sanctus Medicus Sanctus Medicus Der Herr Abbrösel Jetzt Let's do the same. Now, quickly. Little pawn. Must you for... Never mind. It would seem, the time has come for other means of dismantling the Xianjou from within. What a shame. Oh yeah. What passiert jetzt hier? For a little longer. You received the gift of Abundance. Sure, you can stand the blessing of destruction. Mr. Nude! Mom! Benefaktors. Allow me to reintroduce myself. What? Is it what? I am Lord Ravager. The priest of Pantila. I have come with this single suit to set the self-structions of the San Jose. Now, Mr. Nude! Is the Lord Ravager in the End-Batter Legion? But how could that be? ganz ehrlich ich bin froh dass ich meine einheiten gelevelt habe die mann und weg was kommt jetzt jawohl ich werde nur die in der Mitte angreifen die links und rechts werden einfach so sterben schaut jetzt jawohl das war mein plan und es funktioniert ich hätte mir gewünscht dass er ein bisschen mehr schaden macht seine verteidigerrolle macht richtig gut aber ein bisschen mehr schaden wäre schon geil Oh, tschüss. Das sieht doch gut aus. Falsche Attacke, aber egal. Sehe ich noch fort. Torikortortort. Ciao. Erwarnst du dich jetzt auch? Hey, Yang. Erwarnst du dich, was wir gesehen haben, ist der Herr Ravager Fantilie. Sie ist einer von sieben Herr Ravager, die Nannung und Freunden haben. Erwarnst du dich, was wir gesehen haben, ist der Herr Ravager, die Nannung und Freunden haben. Erwarnst du dich, was wir gesehen haben, ist der Herr Ravager, die Nannung und Freunden haben. Erwarnst du dich, Marge? Erwarnst du dich, was wir gesehen haben, ist der Herr Ravager, die Nannung und Freunden haben. Oh, ey, das sieht so richtig geil aus, ne? So richtig richtig steilig aus. Komm, that's my case. Okay. Äh, gehen wir weiter. Es ist schon eine Weile her. Äh, das ist... Sushi. Hä? Du bist ziemlich familiar. Ja, die Alchemy Kommission. Kein Wunder, dass wir diese Militärsberichter auf den Weg gebracht haben. Das ist etwas... Es war... Ich habe dich nicht lieb, richtig? Ich habe dir deinen Namen ausgesprochen. M-meaning? M-meaning, thank you, Miss Sushi. Oh, okay. Oh, ich spiele deinen Namen aus. Kein jemand will seinen Namen aussprechen, scheiße. Ich nenne ihn, bist du ein Lucha. Du hast eine Nachricht erhalten. Die Wolkenitär haben uns eingenommen, sie zu begleiten. In deinem Heimatland gibt es ganz schöne große Schmelztikel. Warum seid ihr bei den Wolkenitärmen? Okay, Nachricht kann nicht gesendet werden. Die Messungen werden niemals gesendet. Die Wolkenitärmacht sind... Ich habe mich für... So spiel ich? Als Ding. Äh, optional spiele ich mit den Leuten auf dem Markt, um zu verstehen, was dort vor sich geht. Verlassen Heilermarkt auf eigene Faust. Okay. Verlassen das Ding. Verlassen das hier. Dann muss ich mal auf euch. Bist du für einer? Was machst du denn? Was ist los mit dir? Du hast Zuckung. Geht's dir nicht gut? Oder wollen wir mit Leuten reden? Äh... Sprich mit den Leuten aufmachen? Hier gibt's nicht so viele Leute. Du siehst doch interessant aus. Ich hörte, die Starskiff-Konnexionen sind reinstatten. Danke für die... Informationen nicht. Mit Zuschauern reden wir nicht. Das heißt aufkommen. Woah! Das war in unserer Position. Ich bin sorry. Ich muss mit meinen Freunden treffen. Danke für mich auf diese Reise. Beide von dir. Was? Was ist jetzt hier? Was ist hier? Was ist hier? eine alte Erinnerung in seinem Kopf. Ja! 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 Danke sieht schon nice aus. So, das ist man. Wow! All die Elixir-Krucibeln, die die Fidiotera ermöglicht haben, entgegen sie die Magie. Oh, aber ich glaube nicht. Du bist wirklich die Gelegenheit. Eine Fidiotera-Mirachaco? Diese Erinnerungen? Nein. Sie haben nichts mehr mit mir. Nicht mit dir reden sollen, nein, na? Es ist etwas Schlimmes passiert, wenn du Stil-Gorch-Water sprachst. Ich bin... Entschuldigung. Du hast uns nicht dann geholfen. Dann wird uns jetzt nicht geholfen. Es scheint, dass du bereits deine Entscheidung gemacht hast. Es ist... Äh... Was passiert? Was passiert? Hey, wir nehmen schon seit 32 Minuten aus. Die Story geht schon lange. Oh, Blade und Kafka. Genau. Kafka kommt im nächsten Banner. Die möchte ich haben. Oh, don't resist. Let's them know. Aber Blade ist auch geil. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was macht ihr? Blade oder Kafka? Blade oder Kafka? Blade oder Kafka? Blade oder Kafka? Oder beide? Du... Du... Du hast überhaupt nicht erlebt. Du hast überhaupt nicht erlebt. Ich werde diese Schmerzen auf... Hm. Nicht auf meiner Seite. Ich... Du bist heute nicht jemanden zu schmutz. Du... Jing Yuan ist ein Schmerz. Hey, geh zurück. Was ist... Du bist wirklich... miten? Du bist ein Schmerzen für mich auch. Hey, geh zurück! Du bist eine Schmerz. Du bist, deine Schmerz. Herzliches. Du bist, deine Schmerz! Holger! I have news for you boy behind you is none other than the traitor of the Ciencho, a criminal forever banished, the high elder of the Vidyadara imbibitar Lunay. What? You really thought the Steleron Hunters were the only ones to infiltrate the Ciencho? In that case, I'll bring both of you to justice. Hey, was passiert hier grade? I've heard of you in the Vidyadara Lunay. First it was the Steleron Hunters. Now an exiled criminal has infiltrated the Ciencho. I have no interest in the Stoking conflict. I can save your excuses for the Shackling prison. Okay. Out of the way. Wieso? Was? Was? Wie geil ist das bitte? So. Das ist jetzt. Wie wirst du genannt? Okay. Ich kann es nicht sehen. Schade. Bam. Okay. Nice Attacke. They're caught in their own bitter strength. Silence! You're not getting away either! Is that so? Blade, listen to me. Unleash the- So it begins. Oh shit. Okay, das geht automatisch. Okay, zwei Schwerte sind weg. Zack. Blade heizt schon, ne? Das find ich auch nice. Äh, ich kann nur eins lang durchstarten. Mehr geht nicht. Ich mach mal schnell bitte. Was ist falsch? Ich bin Angst, den Buben zu verhören. Ich wundere, ob die anderen okay sind. Sir, ich muss das schnell machen. Mein Blatt! Ich habe dich nicht zu verhören. Die YouTube-Bücher nicht geben. Ich habe nur eine Wahl. Oh shit. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das ist nicht vorbei. Ich habe ihn. Ich habe ihn verhören. uploading Oder dieser Blödy. Nein. Was hast du gemacht? Ich versuche nur den Platz für die große Entfernung. Jingyuan. General! Was ist das? Viele Jahre sind vor, seit die zwei von euch aus der Sienzhou. Meine Aufgabe ist... Wir haben es... Danke für die Sienzhou in diesem kleinen Fall. General! Jetzt ist nicht die Zeit. Es ist ein langer Zeit. Ich bin nicht ihn. Du kannst noch nicht verlassen. Deine Astral-Express-Frienden sind in der Skale Gorge-Waterscape. Ja, nix. Das ist ein langer Zeitpunkt. Das ist ein langer Zeitpunkt. Das ist ein langer Zeitpunkt. Der Skale Gorge-Waterscape ist das gleiche als wenn ich letztendlich sah auf ihn. Und hier sind wir sehr unterschiedlich. Du kennst die Vidiadera-Hatchin-Rebirth-Cycle, General. Die Wärme der Wälder haben Dahn-Fang aus dem Vergangenen. Dahn-Fang? Das ist ein langer Zeitpunkt. Das ist ein langer Zeitpunkt. Ich bin Dahn-Hang. Dahn-Fang war eine Hörer oder eine Wille. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn durchgebracht, ohne mich zu schuldigen. Aber... Jaspen? Das ist ein langer Zeitpunkt. Das ist ein langer Zeitpunkt. Diese Zeitpunkt, nicht und Du musst es tun, oder meine Wunschung kommt für nötig. Es ist, wie gesagt, ich bin der General des LoFu. Lass uns über glücklicher Tidings sprechen. Die Freunde, die du auf dem Expressor gemacht hast... Du bringst sie hier? Ja. Sie warten in der Dragon Vista. Wie leuchtet das? Unsere Intelligenz sagt uns, Lord Ravager. Okay, müssen wir uns nicht anschauen. Glaube ich. Denke ich, hoffe ich. Ich weiß es nicht, wo sind wir überhaupt? Diese Funktionär, okay. Ach, meine Freunde. Deine Freunde nehmen den Kampf in die Luft. Wir müssen ihnen helfen. Äh, alle auf Probe, okay. Okay, ich kann dreimal verstärken. Das finde ich halt befreit, ne? Das ist die Chance. Das sieht nice aus. Bah. Leck. Machen wir es nochmal? Ich finde es einfach nur geil. Oh mein Gott, das ist so cool. Kann man nicht irgendwann hoch? So, du hast auch Flächenangriff. Bam bam bam. Du hast nur einen Einzelangriff. Ich zeig mir dich an. Ich sterbe nicht. Ich glaube, mit Ausdehnung kommen wir besser voran. Vielleicht beide sterben. Los geht's. Und hier genauso. Nochmal zack. Ah, Verstärkung, Verstärkung. Und ab jetzt. Nochmal. Und einmal die Spezialfähigkeit. Nein, das ist die letzte Zeit. Ich bin zurück. Oh mein Gott, ist es nicht so cool. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Nö, es ist nicht so cool. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Komm schon. Wir machen es schnell. Ich bin dran. Ich bin dran. Xingyuen. Wo hast du bist? Wo hast du? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Wenn ich den Foto von dir schrauben. Ich bin dran. Das ist klar. Du bist fertig, Hung, oder? Das ist eine lange Geschichte, Muck. Also, du... Du bist fertig? Levin? Aber trotzdem... Es ist wahr, dass die Motiven von Steleron-Hunterern nicht so aussehen waren. In Ordnung, dass die Expressen und die Seele... Aber als Lady Fu hat gesagt... Die Appearance von Fantalia bedeutet, dass die Situation weit von unter unseren Kontrollen ist. Als General... Even wenn die Krise auf der Lofu nichts zu tun hat mit der Steleron... Ich wäre bereit, zu helfen. Aber ich kann nicht sprechen. Explorieren, verstehen, verbinden und verbinden. Fear, risk... Whether our destination lies before us or behind us... The decision is ours to make. Don? Äh... Die Hand ausstecken. Wir sind freundlich. Thank you, Don Hung. Hm. Help? Great! There is no master plan. Only a bet. A bet on the Senior Vidyad was in... Hi, Elder? When the Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor... Remnants of the Curse of the Plague's Author lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility... The Lofu invoked the power of the Scions of Permanence. Under the direction of the High Elder... The Vidyadara guided the waters of the Ancient Sea to flood the Scale Gorge waterscape Delve... And contain the Arbor... To commemorate this magnificent feat and sacrifice. The Alliance erected the Dragon Vista Reign Monument. A Vidyadara statue. It looks so much like Don Hung. Thank you for the info. I wonder if... The statue... Is that... Don Hung's brother? I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is... Until the current generation. The most recent successor did not inherit the same level of power. And their appearance... Is that of a child. Do you understand Don Hung? No. Since Dong Fong perished... The Lofu Vidyadara have no longer had an individual capable of performing such feats. But you... Who once kept watch over the Arbor... Should be able to open a way through... To that great tree. What happens next? Hey! Legen mit der Macht des Hohen Ältesten die Straße zum Himmelsbaum frei. Machen wir doch gerne. Daher des Hohen Ältesten ist durch die Jahre der Verwitterung stark mitgenommen worden. In der Nähe ihres Sockes sind einige kleine Blablas. Äh, ich hab's falsch geklickt. Hier liegt eine gewaltige Macht verborgen. Okay. Jesus! Was ist hier? Crazy! Äh... Haben wir was Neues eingeschaltet? Also ist die Quest noch nicht vorbei oder was? Was ist denn das? Was ist denn das? Nein! Nein! Hier, General! Rest hier! Wir... Jingyuen... General... Hm, ich würde nicht sagen so. Ich werde ein paar Freunde beteiligen, um ein bisschen... General, nicht uns auszusehen. Ja, General? Ich verstehe, dass du, aber der Angelegenheit hinter uns ist nicht eine Abomination von Abundanz. Du hast ein wichtiger Punkt. Cloud Knights, nachdem ich die... Ja, General! Ja, General! Ja, General! Lady Fu. Ich glaube, dass du... Was ist denn das? Das ist ne... Hä, das ist ne Ruine. Ich glaube, das mache ich im nächsten Video, Leute. Boah, das sieht echt wild aus. Aber ich habe das Gefühl, wir müssten nur kämpfen. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Komm. Ich glaube, wir müssten nur kämpfen hier. So ein Gefühl jetzt. Do you remember? Ja. Ja. Uh, das ist ein bisschen ein Riedel? Was ist das ein bisschen? Es ist nicht, ich mich überraschend? Oh, was ist ein großer Palast. Die drei Sieger. Sie haben sich überrascht. Sie haben sich überrascht. Sie haben sich für sie schwer gewesen. Sie haben sich überraschend, wie Sie sich überrascht? Sie haben sich überrascht, wenn Sie mich überrascht? Gibt es hier Trüe? Oh, hier gibt es auch Trüe. Oh mein Gott. Das ist wieder ein langes Video jetzt. Egal. Meine für weiter. Hier können wir ignorieren. Einfach weiter. Wollen wir die Quest abschließen. Und nicht gegen die ganzen Leute hier kämpfen. So, Teleportationspunkt aktivieren und dann zurück. Die Lügel entfallen wir, indem wir gegen diese fetten Monster kämpfen. Wackel der Einsicht. Eine zeremonielle Vidyatra Lampardie, die versiegelnde Kraft dieser Rasse enthält. Die Leuchten müssen in einer speziellen Reihenfolge entfacht werden, um den entsprechenden Siegel in der Schuppenklampe zu entfernen. Aha. Aber erstmal müssen wir den besiegen. Mein Gott. Richtig wild. Ich werde dich frei von dem See of Butterflies zu entfernen. Die Illusionen des Vergangenes. Äh. Den muss ich auch noch einbewerken. Damit er nicht viel Leben hat. Sehr wichtig. Wie gesagt. Annihilung. Sehr gesagt. Ich bin auf der Seite. Lampen auf der Blasch. 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 Lampen auf den Blasch. Lampen auf der Blasch. Lampen auf der Blasch. Lampen. Lampen auf der Blasch. Garuda Mist. Dawst vor einいくs. Man wird wieder seinen Tor 41 있는데요. Wie oder so da? Aber nichts willów. Ne거ht? accessory. Du bist so glatt! 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 Ich werde dich in der Seele aus! Die Vergangenheit! Ich brauche mich! Du bist so glatt! Im Druck werden wir nicht in die Trompe. Ich hoffe, wir müssen die richtigen Einheiten einstellen. Aber wir haben ihn gleich. Langsam aber sicher, stirbt er. Keine Heilige. Zack! Okay! Okay! Der Guter! Schiefer der Entfernung! Ah, warte! Ich habe eine Map! Äh... Die Goldene Fiktion auf der Schiefertafel deuten darauf hin, dass man sich vor einer Steinnahm tiefer beugen muss, um das Siegel zu öffnen. Okay! Warte ganz kurz! Wir sind hier! Wenn ich mir das anschaue... Äh... Eine Sekunde! Ich muss mal kurz auf die Map schauen! Wir sind hier! Und es geht in diese Richtung, in diese Richtung! Okay! Also... Muss das hier... ...vierfach sein? Das wird gut komplett sein! Aber wie mache ich das komplett auf? Eine Sekunde, prüfen wir es nochmal. Es muss in die Richtung schauen. Eine Sekunde. Dann schaue ich mir das hier mal an. Das ist ja komplett. Das muss komplett sein. Hier gibt es zwei Stück. Und das obere muss unten voll sein. Hier, diese zwei Stellen. Wie mache ich das aber? Das ist ja die Richtung muss sein. Ah, okay, warte. Okay, warte, warte, warte. Eins, zwei, okay, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Eins? Das ist eine Nummerierung. Okay. Eins, zwei. Jetzt habe ich es. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Unfassbar dumm. Manchmal häng ich. Aber nur manchmal. So, das ist zwei. Hä, doch nicht. Nochmal. Eins. So, das ist zwei dann. Oder ich denke falsch. Eins. Zwei ist das dein Trottel. So, da muss drei das hier sein. Okay, vier ist dein. Jetzt haben wir es. Junge, 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 Junge. Junge, Junge. Number one. Jetzt haben wir uns wenigstens draus. General, did you hear about Miss Ting Yun? Klass gefehlt, aber egal. Ah, laufe ich richtig? Jetzt, ich kann auch dahin teleportieren. Dann haben wir schneller. Ich habe Wort von Lady Fu. Die Doppel der Fentiliasinfiltration, along with her meticulous planning, macht sie extrem schwierig, zu schützen. Ja, die Quest. Hat mich ein bisschen verwirrt. Aber für heute, es macht Spaß, wenn es mich ein bisschen verwirrt. Kann ich dich ignorieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh. Ich muss ihn killen, oder? Weil hier... Wohin, warte. Was ist denn bei da? Untersuch' ihn. Die Demo-Tan beginnen sie ihr Dasein als okay. So klein, bald werden sie aus dem Meer aufrichtet, um wieder auf feste Erde zu ziehen. Die Demo-Tan beschreibt die Wiedergeburt der okay. This mural is pretty interesting. Hey, do you think this could be related to the Seals? Perhaps. Perhaps. Hey, ich muss auf die Wand mal rein achten. Äh, erst... kommt das Baby. Nein. Das Baby kommt zum Schluss. Eins, zwei, drei, würde ich sagen. Hier das Eins. Nee. Ah, da ist ja noch was. Äh, dann das hier Eins. Auch nicht. Die kämpfen, dann muss das hier Eins sein. Baby kommt, glaube ich, zum Schluss. Was ist das Problem, Frank? Hm. Es scheint, die Seals haben dich zu verlieren. Baby, ganz am Anfang? Could the murals in our vicinity be related to the Seals? Scheint schon, okay. Scheint schon, okay. Äh, dann... Nehmen wir mal das hier. Yes. Dann würde ich das hier nehmen und danach am Ende das hier. Oder? Nee, das hier. Ich habe mir die Geschichte nicht angehört. Okay, doch, recht. So, jetzt haben wir die Reihenfolge aber raus. Können die murals in our vicinity be related to the Seals? Reihenfolge haben die jetzt. Zack. Und da hinten drauf. Jawoll. Let's go. Okay. Let's head to the third seal. Last one. Komm hier durch. Yes. Das letzte der drei Talents ist hier. Okay, und was ist hier los? Äh, hier gibt's nichts. Nur Fische. Äh, okay. Hier sind ein Zeichen vielleicht. Also, ich nehme wieder vier Stück. Aber ich sehe keine... Möglichkeit. Weg dafür zu finden. Vielleicht diese Bäume hier. Fangen wir mal mit dem hier an. Oh. Okay. Ah, ich sehe es jetzt. Warte Sekunde. Diese Lichter vielleicht? Nein. Ich glaube, hier mal weitermachen. Hey, check it out. The base is a beast. Die Sockel der Steinlaternen. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Easy. Darauf habe ich wieder gar nicht geachtet. Hier unten sieht man es doch. Nice. Das gefällt mir. Richtig schön. Let's go. Die Revenz zu den drei Talonen ist voll. Jetzt. Jetzt müssen wir nach den Arboren gehen. Boah, das sind ein geiles Bild, aber eine Sekunde und so. Zack. Foto gemacht. Es ist Ventilia. Wir müssen hurry. Die Anleiten sind noch für 76, Alter. Ich frage mich, ob es irgendwann noch ein höheres Level geben wird. Ist das ein Dramat? Wir haben den Ende. Das sind die Rüten der Ambrosial Arbort, wo die Vestigen der Abundanz liegen. Räufig an die drei Talons, die Weg zu den großen Rüten. Das ist es. Unter dem Kraft des High Elders, die Arborten wurden in der Bildung von einem Dramat. Na freilich, jetzt wird es gekämpft. Let's go. Mit Tiefen der Wurz und das Himmels Baus. Oh. Ähm. Okay. Ähm. Ja. Ich habe keine andere Möglichkeit. Du musst im Team sein. Dann nehmen wir dich. Dann nehmen wir dich. Dann nehmen wir dich. Und ich nehme dich. Ja. So gehen wir los, oder? Yes. Okay. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Has the general of the law foo chosen to grace me with his presence? Ah, that witch. She was here waiting for us the whole time. Show yourself, Fantilia. And the benefactors, too. Oh, patience, patience. Let me make myself presentable. Now I see why the disciples of Sanctus Medicus hold themselves in such high regard. The Arbors' traces really do possess the power of metamorphosis and resurrect... Fantilia. What? What? Aaaaaah. 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 He he. noticing why the disciples of the Lord stand. Okay, ich steh mir auf schnell. Oh, die schnippt einfach! Okay, aber... Aha. Ich bin nicht mal gespannt, ich kann mich machen werden bei ihr. Ja, kein Thema. Ich geh mal weg. Was, hat er sich gehalten? So viel Blut, mit so wenig Blut. Dieses Körper wurde aus dem... Ich hatte ein starkes Wind! Was, die Kleine heilt sich? Das ist mir zu wild. Bist du dappert? Ich konzentriere mich auf den Großen. Scheißegal, heilen wir uns mal. Fuck. Ja, ja, die konzentrieren uns auf die Großen, ja. Weil wenn sie es teilen, bringt es nichts. Ja, ha ha, ha ha. Deine Elegance beträgt dich. Sehr schön. Vielen, 30 noch. Fertikatzpunkt abgezogen. Die ziehen Fertikatzpunkt ab. Das ist die Scheiße. Hauptsache, du meinst kein Schaden. Boah, Alter, was für eine geile Attacke. Hm, nochmal, gib ihm. Oh, ist gestorben. Okay. Mein Problem ist, ich bin fast zurück. Okay, das wird ein Thema jetzt sein. Die sind gefährlicher als die anderen. Ich will nicht, ob ich die töten soll, schnell. Ich glaube, egal. Oh, die sind gefährlich. Schaffen wir das trotzdem? Okay, das kommt einfach aus dem Nichts. Ich setze Wolken-San-Grün an, um Fantilia anzuwerfen. Das ist wieder so ein Boss, wie ein Boss oder so, oder? Kann es sein? Oh, ein Siong. Habt ihr letztendlich Ihren Gebet auf den Arber gebeten? Ich denke, das ist nicht geworfen. Ah, halte ich noch mal. Einmal ein bisschen. Danke, 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 danke. Und ich bin gleich tot. Ich will nicht heilen, kein Silla. Keine Rolle geht immer meine Silla. Nein, das kann nicht sein. Oh mein Gott, schmutz mich. 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 Wie hab ich Schottengeist, weiß nicht wie ich. Ah, was die andere Reise hat? Ich hab mich noch nicht gebrochen. Ähm... Wie ist es? Wie ist es denn da? 1,000 Dankeschön Einmal 1,5 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 2,5 2,5 1,6 2,5 2,5 1,5 Ja, wir müssen weg. Hab ich mir schon gedacht. Andere... Wenn die weg wären, aber egal. Ich bin drauf. Ich will sie, wir wollen sie, wir brauchen 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 sie. Nein, der ist da stark, komm. Nice. Okay. Die Kleinen sind auch voll zu stark, die sterben aber jetzt. Oh, die Kleinen sollen. Das war nicht so schlau. Oh oh. Oh oh. Die ist weg. Ja, war so klar. Das war ein Teil. Ich bin doch nur heil. Was? Noch? Fその Spaß, ich will doch heilen die ganze Zeit. Was ist das? Voll dongécran. Aber wir kriegen die noch weg. Irgendwie kriegen wir die noch weg. Ja, viel Schaden mag ich auch nicht. Kommt, 19%. 5% nur. So billig. Boah, das wird jetzt lang dauern. Ey, wenn der aufsteht, dieser Marsch. Nice. Kommt noch. Die heilen dich, träg die Först. Warum schauen? 1%. Ich bin mir schon froh, ich sterbe jetzt. Oh, das wäre so ein Schluck. Ne. Und so viele Angriffe draufballert. Bubble Nid. Was? Was? Ach so, das ist so gewollt. Okay, okay. Oh. Ich hätte so eins bekommen. Harald Hotel. Haha. Let's go. Not bad, General of the Hunt, but all I lost was a body stolen on a will. And you, how much longer can you last? The destruction of the Sienjo is nigh. Be gone, Palm of Destruction. Tell the Legion that the vengeance of the Hunt will fall upon them. General, are you okay? I'm still alive. Haha. And it would saint. Fantilia, her truly fearsome enemy. If she hadn't... Fantilia had established a link between me and herself. So it was all part... Hmm. It takes more than that to destroy an emanator of destruction. Still. Fantilia won't be stirring up trouble any time soon. Don't worry about her infecting the Arbor again. It's just that sealing the Steleron is going to take some time. Leave that to the Master Devon. General, keep those eyes open. Now's not the time to fall asleep. Hey! Hey! Wake up! Don't worry Mr. Swarov. We'll be safe here. Don't worry Mr. Swarov. We'll be safe here. Bleib dabei um herauszufinden was in der kommenden Fortsetzung stattfindet. Aha. Mr. Swarov! Nice. Ich kann mein Abenteuer leveln. Das ist schon mal sehr sehr schön. Idolatruf. So. Ultimate Stufe. Hopp hopp. Nice. Jetzt nur noch einmal und dann haben wir dich full. Ähm. Ja. Wir haben es abgeschlossen. Die Dinger nehme ich mit. Oh. Das mache ich auch mal schnell. So. Dailies Dusch. Wir haben jetzt irgendwas neues bekommen. Oh. Das mache ich auch mal schnell. Wunderschöten haben wir was neues. Höhle der Korrosion haben wir. Aha. Das ist sehr gut. Für Natascha. Ne. Für Natascha ist es perfekt. Über die Geschicklichkeit um 6%. Auch sehr gut. Und ich wusste das. Hier. Für neue Einheiten wahrscheinlich. Hochwertiges Material zum Hochstufen von Spuren. Leider können wir nur dreimal die Woche. In. Hier rein jumpen. Deswegen können wir jetzt nicht rein. Aber. Ah. Okay. Das Ding können wir alles. Das können wir alles ignorieren. Was haben wir noch? Nix. Okay. Wir sind durch. Die Quest sind durch. Wir haben noch hier paar Kleinigkeiten die wir abschließen können. Aber das kommt im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen Leute. Ciao.